Wir fassen hier unsere wichtigsten Erkenntnisse über die analytische Raumgeometrie zusammen. Beginnen wir mit Ebene und Gerade im Raum. Angegeben wird eine Ebene Alpha und das durch einen Punkt und zwei Spannvektoren oder auch zwei Richtungsvektoren dieser Ebene. Was wir machen möchten, ist einen beliebigen Punkt P dieser Ebene beschreiben. Vektoriell geht das rasch, denn ein Punkt P gehört zu dieser Ebene Alpha, dann und genau dann, wenn der Vektor AP als Linearkombination der zwei Richtungsvektoren U und V ausgedrückt werden kann. Das heißt, P ist Element der Ebene Alpha, dann und genau dann, wenn es zwei reelle Zahlen Lambda und Mu gibt, so dass der Vektor AP Lambda mal Richtungsvektor U plus Mu mal Richtungsvektor V ist. So haben wir die Ebene Alpha vektoriell beschrieben. Dasselbe machen wir für eine Gerade D. Eine Gerade D wird angegeben durch einen Punkt, nennen wir ihn D, und einen Richtungsvektor, den wir W nennen. Hier können wir sagen, ein Punkt Q gehört zu dieser Gerade D, dann und genau dann, wenn der Vektor DQ ein Vielfaches vom Richtungsvektor W ist. Das heißt, ein Punkt Q gehört zu dieser Gerade D, dann und genau dann, wenn es eine reelle Zahl Lambda gibt, so dass der Vektor DQ Lambda mal W ist. Jetzt setzen wir das Ganze in ein Bezugssystem hinein. Wir schalten also die Achsen ein und beschriften sie auch. Diese vektorielle Gleichung der Ebene Alpha führt dann sofort zu dieser kartesischen Gleichung von Alpha. Diese Determinante ist gleich Null. Das bedeutet also, dass es eine Linearkombination zwischen diesen drei Spalten gibt. Und diese Linearkombination ist genau die, die da steht. Die zweite Spalte der Determinanten ist gebildet durch die Koordinate von U und die dritte durch die Koordinate von V. In so einem Bezugssystem können wir durch diese vektorielle Gleichung auch sofort kartesische Gleichungen der Geraden D ablesen. Aber Vorsicht, wenn ein Nenner Null ist, ist daraus zu verstehen, dass der Zähler Null sein muss. Jetzt stecken wir das Ganze in ein orthonormiertes Bezugssystem, hier gekennzeichnet durch diese drei Einheitspunkte. Und wir wissen, dass man die kartesische Gleichung einer Ebene Alpha schreiben kann in diese Form. Und wenn die kartesische Gleichung von Alpha in diese Form geschrieben ist, dann ist der Vektor mit Koordinate A, Vorzahl von X, B, Vorzahl von Y, C, Vorzahl von Z. Dieser Vektor ist dann normal zu dieser Ebene Alpha. Das heißt, er ist orthogonal zu allen Vektoren der Ebene Alpha. Wir lassen das Ganze jetzt nochmal schön drehen. So. Und kommen jetzt zu den Lagebeziehungen im Raum. Zuerst die Parallelität. Zwei Geraden sind parallel zueinander, dann und genau dann, wenn ein Richtungsfektor der einen Geraden vielfaches von einem Richtungsfektor der anderen Geraden ist. Eine Gerade ist parallel zu einer Ebene, dann und genau dann, wenn ein Richtungsfektor der Geraden orthogonal zu einem Normalfektor der Ebene ist. Das bedeutet dann und genau dann, wenn das Skalarprodukt von solchen zwei Vektoren Null ergibt. Eine Ebene ist parallel zu einer zweiten Ebene, dann und genau dann, wenn zwei jeweilige Normalvektoren kolinear sind. Das heißt, ein Normalfektor der einen Ebene ist ein Vielfaches von einem Normalfektor der anderen Ebene. Kommen wir jetzt zur Orthogonalität. Zwei Geraden sind orthogonal zueinander, dann und genau dann, wenn das Skalarprodukt von zwei jeweiligen Richtungsfektoren Null ergibt. Eine Gerade ist orthogonal zu einer Ebene, dann und genau dann, wenn ein Richtungsfektor der Geraden kolinear zu einem Normalvektor der Ebene ist. Also, der Normalvektor ist ein Vielfaches vom Richtungsfektor oder auch andersrum, der Richtungsfektor ist ein Vielfaches vom Normalvektor. Zwei Ebenen sind senkrecht zueinander, dann und genau dann, wenn das Skalarprodukt von zwei jeweiligen Normalfektoren Null ergibt. Jetzt kommen wir zu den Schnittwinkeln. Zuerst gerade, gerade. Diesen Spitzenwinkel, der gebildet wird durch diese zwei Geraden D1, D2, kann bestimmt werden durch den Kosinus, und zwar, indem man das Skalarprodukt von zwei Richtungsfektoren geteilt durch das Produkt ihrer jeweiligen Längen berechnet. Den Winkel zwischen einer Geraden und einer Ebene, hier auch Gamma genannt, den kann man bestimmen durch das Skalarprodukt von einem Richtungsfektor der Geraden und einem Normalvektor der Ebene. Durch das Skalarprodukt, geteilt durch das Produkt der Längen, finden wir den Kosinus von Pi halbe minus den gesuchten Winkel Gamma. Im trigonometrischen Kreis sehen wir aber, dass der Kosinus von Pi halbe minus Gamma genau dasselbe ist wie der Sinus von Gamma. Den Winkel gebildet durch zwei Ebenen, den können wir bestimmen, indem wir uns die zwei Ebenen so von vorne anschauen, dann sehen wir deutlich, dass der Winkel gebildet durch diese beiden Ebenen genau derselbe Winkel ist wie der, den die zwei jeweiligen Normalvektoren bilden. Man kann das sehr einfach beweisen, denn dieser Winkel plus dieser Winkel da, das ergibt ja Pi halbe Radiant. Dieser Winkel plus dieser selbe Winkel ergibt aber auch Pi halbe Radiant und deshalb sind diese zwei Winkel gleich groß. Diesen Winkel zwischen den zwei Normalvektoren, den können wir wieder finden, durch Kosinus von diesem Winkel ist das Skalarprodukt der beiden Normalvektoren geteilt durch das Produkt ihrer jeweiligen Längen. Soweit zu den Lagerbeziehungen. Jetzt kommen wir zu den Distanzen im 3D-Raum. Zuerst die Distanz zwischen zwei Punkten. In einem orthonormierten Bezugssystem des 3D-Raumes werden zwei Punkte A und B angegeben durch ihre Koordinaten und die Distanz zwischen diesen zwei Punkten kann sehr schnell bestimmt werden durch die Quadratwurzel von Differenz der Absissen im Quadrat plus Differenz der Ordinaten im Quadrat plus die Differenz der Lote im Quadrat. So bestimmt man also sehr schnell die Distanz zwischen zwei Punkten. Jetzt die Distanz zwischen einem Punkt und einer Gerade. Angegeben werden also eine Gerade D anhand eines Punktes Groß-D und eines Richtungsvektors W und angegeben ist auch dieser Punkt P anhand seiner Koordinate. Was wir suchen ist der Abstand zwischen diesem Punkt und dieser Gerade D, das heißt die Länge von dieser grünen Strecke her. Um diesen Abstand zu bestimmen, konstruieren wir zuerst den Vektor DP und rechnen als Abstand zwischen P und der Gerade D die Norm vom Vektor Produkt dieses Vektors DP mit diesem Vektor W, den man durch seine eigene Länge teilt. Wenn man einen Vektor durch seine Länge teilt, dann hat man diesen Vektor so normiert. Denn die Länge von W geteilt durch W, das macht 1. Um das Ganze jetzt noch deutlicher zu sehen, lassen wir es schön im 3D-Raum drehen und beobachten, welche Distanz wir so berechnen können. Okay, schalten wir das mal wieder weg. Jetzt berechnen wir den Abstand zwischen einem Punkt und einer Ebene. Angegeben werden hier also eine Ebene Alpha und ein Punkt P. Diese Ebene Alpha wird angegeben entweder durch einen Punkt und zwei Richtungsvektoren U und V oder sie wird angegeben durch einen Punkt und einen Normalvektor zur Ebene. Das kommt eigentlich aufs selbe hinaus, denn wenn die Ebene so angegeben wird, dann können wir schnell einen Normalvektor finden und zwar durch das Vektor Produkt von U und V. Also können wir die erste Idee wegnehmen. Was wir hier suchen, ist dieser Abstand zwischen dem Punkt P und der Ebene Alpha. Dazu konstruieren wir den Vektor AP und rechnen als Distanz zwischen P und Alpha ganz einfach den Betrag vom Skalarprodukt dieses Vektor AP mit dem Vektor N, den man durch seine eigene Länge teilt. Übrigens, wenn man die kartesische Gleichung von Alpha kennt, dann kann man den Abstand zwischen P und Alpha auch sehr einfach bestimmen. Und zwar, wenn das die kartesische Gleichung der Ebene Alpha ist, dann bilden wir als Distanz folgenden Bruch. Bruch von einem Betrag geteilt durch eine Quadratwurzel. Der Radikant, das ist die Vorzahl von x im Quadrat plus Vorzahl von y im Quadrat plus Vorzahl von z im Quadrat und zwischen den Betragstrichen des Zählers schreibt man folgendes. Man nimmt hier den linken Teil der kartesischen Gleichung von Alpha und ersetzt darin die Absisse x durch die Absisse P1 vom Punkt P. Dann findet man A mal P1. Steht da. Man ersetzt auch noch die Ordinate Y durch die Ordinate des Punktes P, also durch P2. BP2 steht da. Und jetzt dasselbe fürs Lot. Wir ersetzen das Lot Z durch das Lot P3 vom Punkt P. So erhalten wir CP3. Und dann wird noch D addiert. So kann man sehr schnell die Distanz zwischen einem Punkt und einer Ebene bestimmen, wenn man die kartesische Gleichung dieser Ebene zur Verfügung hat. Das war die Zusammenfassung von der analytischen Raumgeometrie. Und jetzt betrachten wir ein Beispiel, das an der Universität Lüthich so gestellt wurde. Bestimme eine Gleichung der Ebene Alpha. Und zwar so, dass erstens Alpha den Punkt A mit dieser Koordinate enthält. Zweitens Alpha parallel zu der Geraden D ist, die diese zwei kartesische Gleichungen hat. Und drittens Alpha auch noch senkrecht zur Ebene Beta sein muss. Und die kartesische Gleichung von Beta ist diese da. Um solch eine Aufgabe zu lösen, ist es praktisch, wenn man einfach eine Skizze dazu macht. Hier ist eine Skizze. Das muss nicht eine genaue Zeichnung in einem Bezugssystem sein. So eine Skizze reicht. Wir suchen die kartesische Gleichung der Ebene Alpha, sodass diese Ebene Alpha den Punkt A mit Koordinate 1, 3, 3, minus 2 enthält. Da ist der Punkt A eingezeichnet. Alpha soll parallel zur Geraden D sein, die diese kartesische Gleichungen hat. Durch die drei Nenner erkennen wir sofort die Koordinate von einem Richtungsvektor dieser Geraden D. Und durch die Zähler erkennen wir sofort einen Punkt dieser Geraden D. Dieser Punkt hat als Koordinate minus 1, minus 2, 1. Das ist ja einfach so eingezeichnet. Die Koordinate ist aber eingetragen. Minus 1, minus 2, 1. Und Alpha soll auch noch senkrecht zur Ebene Beta sein, die diese kartesische Gleichung hat. Aus dieser kartesischen Gleichung können wir sofort die Koordinate von einem Normalvektor zu Beta ablesen. Dieser Normalvektor hat als Koordinate Vorzahl von x, Vorzahl von y, Vorzahl von z. Also 2, minus 3, 2. Dieses Schema soll jetzt helfen, die kartesische Gleichung von Alpha zu finden. Denn ein Punkt P mit Koordinate x, y, z gehört zu dieser Ebene Alpha. Dann und genau dann, wenn der Vektor AP eine Linearkombination von zwei Richtungsvektoren von Alpha ist. Als Richtungsvektoren von Alpha können wir diesen Vektor U wählen, denn die Gerade D ist ja parallel zu Alpha, sowie auch diesen Vektor V. Denn die Ebene Beta ist ja senkrecht zu Alpha. Das bedeutet, dass V ein Richtungsvektor von Alpha ist. Also können wir hier sofort schreiben, ein Punkt P gehört zu dieser Ebene Alpha, dann und genau dann, wenn der Vektor AP eine Linearkombination von U und V ist. Und diese Vektorielle Gleichung von Alpha führt dann durch diese Determinante sofort zur kartesischen Gleichung von Alpha. Wie finden wir die? Wir zerlegen AP durch die Formel von Schal in OP minus OA. Hier steht also Koordinate von P, das ist x, y, z, beliebiger Punkt der Ebene Alpha, minus die Koordinate von Punkt A. Der Punkt A hat als Koordinate 1, 3, minus 2. Also wird hier abgezogen 1, 3 und minus 2. Die zweite Spalte wird gebildet durch die Koordinate von U, also 3, 2, 3. So. Und die dritte Spalte wird gebildet durch die Koordinate von V, also 2, minus 3, 2. So. Um diese Determinante jetzt auszurechnen, kann man entweder die Sarus-Regel anwenden oder man arbeitet mit den Eigenschaften der Determinante. Hier fällt doch auf, dass die 3 und die 2 in der ersten Zeile sowie auch in der dritten Zeile vorkommen. Wenn wir also von der ersten Zeile die dritte Zeile abziehen, dann erhalten wir hier x, minus 1, minus z, plus 2, also so. Hier erhalten wir dann 3, minus 3, das heißt 0. Und da 2, minus 2, das heißt auch 0. Und so kann man diese Determinante schneller mit Minor berechnen und findet dann, dass dieses Produkt 0 sein muss, was dann sofort zur karthesischen Gleichung von Alpha führt. Man kann ja immer mal schnell überprüfen, ob dieser Punkt A diese karthesische Gleichung erfüllt. Wenn ja, dann hat diese Gleichung eine Chance, richtig zu sein. Wenn diese Koordinate aber diese Gleichung nicht erfüllt, dann ist garantiert irgendwo ein Fehler. Überprüfen wir. Wir ersetzen in dieser Gleichung x durch 1, y kommt gar nicht vor, und wir ersetzen z durch minus 2. So finden wir 1, minus minus 2, also 1 plus 2, das heißt 3, minus 3 gleich 0. Zumindest haben wir hier überprüfen können, ob dieser Punkt 1, 3, minus 2 effektiv zur Ebene gehört. Das stimmt. Was man noch machen könnte zur Überprüfung, Man könnte das Vektorprodukt von U und V berechnen und dieses Vektorprodukt ist automatisch ein Normalvektor zu dieser Ebene Alpha. Dieses Vektorprodukt muss also ein Vielfaches sein vom Vektor mit Koordinate 1, 0, minus 1. Das kann man auch überprüfen. Das stimmt alles. Die Aufgabe ist erledigt.